Kann man bei Penny ein Produkt von Rewe kaufen? Wir probieren es aus. Zuerst bin ich in Rewe rein und hab einen Apfel gekauft. Der wird safe gehen, weil Äpfel nicht gescannt werden. Und als zweites Veggie Chunks mit einem Bar kauft. Dann bin ich damit in Penny gegangen und hab mich dezent unwohl und irgendwie beobachtet gefühlt. Aber ich hab einfach tief durchgeatmet und versucht nicht so auffällig zu wirken. Damit ich mir auch noch was normales kaufe, hab ich mir Hafermilch genommen und es ganz vorne auf die Kasse gestellt. Danach der Apfel und die Veggie Chunks. Glaubt ihr es klappt?